Klima, na ja, was sollst du mir da sagen, es ist natürlich schon schlimm, was sich abspielt, aber es ist auch schwierig zu sagen, wer wirklich hundertprozentig schuld ist, weil wir sind in einer beginnenden, also es ist die Eiszeit geht dem Ende zu, ist natürlich schon viel mit der Umwelt, aber ich denke mir oft, wenn ein Vulkan ausbricht, was passiert da? In meiner Jugend war der Winter ganz anders, das heißt, ob Krampus, Nikolaus, war Schneefall, hat man Skifahren können, Roh fahren können, das ist heute nicht mehr der Fall und wahrscheinlich wird sich das Wetter ändern. Ich komme aus Tirol, da hat es noch Winter gegeben, wie es jetzt ist, gibt es dort auch keine Winter mehr, und ich führe das schon auf die Klimaerwärmung zurück. Es wird immer wärmer, die Winter, es sind keine Winter mehr wie früher, nur es schaut so aus, wenn man das wirklich stimmt mit der Klimaerwärmung. Schützen Sie das Klima und wenn ja, wie? Ich gehe zu Fuß zum Beispiel und sonst, meine Güte, ich schaue, dass ich Müll vermeide, aber ich bin alleinstehend, also fällt nicht viel Müll an. Erstens einmal, ich gehe zu Fuß, wenn es möglich ist, ja, größere Strecken fahre ich mit der Eisenbahn, ja, Fliegen kommt fast gar nicht in Frage bei mir, Mülltrennung sehr wohl, ist wichtig, sage ich, ja, nur wir produzieren viel zu viel Müll. Ja, mein Plastik, das einmal, weil es ist alles dreimal, viermal verpackt, dann, weiß ich nicht, ja, mit dem Auto fahren, so wenig wie möglich halt und, ja, ich weiß nicht, was man umsparen könnte, das wisst ihr nicht, die Gescheitern oben. Ja, ich schaue halt, was ich kann, garden und biologisch und, mein Gott, mit 80 Jahren kannst du nicht mehr viel ausstellen. Ja, man probiert halt so wenig wie möglich mit dem Auto fahren, Plastik sparen, ich steige zum Beispiel wieder auf Glasflaschen um, bei den Mineralwasserflaschen, beim Essen vielleicht auch, ja, man probiert schon, was man kann halt, wie es geht in seinem eigenen Bereich.